Was würden Sie spontan sagen? Welche Vorteile bietet Leganto? Zum einen für Sie als Dozentin und zum anderen für Ihre Studierenden. Für mich bietet Leganto den Vorteil, dass ich ganz niederschwellig die Seminare planen kann. Ich kann die Textauswahl direkt schauen, ob die Texte in der Bibliothek vorhanden sind. Ich kann Scanaufträge an die Bibliothek übermitteln. Ich kann mit der Bibliothek in Kontakt treten, wenn es Fragen gibt. Ich kann den Studierenden Hinweise geben zu den Texten, welche Abschnitte auf jeden Fall gelesen werden sollen und kann ohne Probleme auch weiterführende Literatur in die Seminarordner stellen. Für die Studierenden bringt es den Vorteil, dass alles schön kompakt in einem Tool zusammen ist an Literatur und eben auch Lektürehinweise direkt zusammen mit den PDFs und so weiter aufgelistet werden können. Welche Funktionen oder Features verwenden Sie regelmäßig in Leganto? In Leganto benutze ich vor allen Dingen die Literaturrecherche in der Bibliothek. Ich benutze sehr gerne den Scanauftrag und habe jetzt auch begonnen, die Kommentarfunktion in den PDFs zu nutzen, womit Studierende untereinander, miteinander die Texte vor der Seminarsitzung kommentieren können, was für die Seminarplanung eine erhebliche Hilfe ist. Was hat sich durch den Einsatz von Leganto im Vergleich zur vorherigen Lösung für Literaturlisten bzw. Semesterapparate verändert? Was hat sich verbessert? Verändert und verbessert hat sich mit Leganto, dass ich auch ohne Probleme alleine die Seminarordner erstellen kann. Vor allen Dingen, wenn man keine Unterstützung z.B. durch TutorInnen hat, nimmt Leganto sehr viel Arbeit ab, indem man eben z.B. Scanaufträge erteilen kann und eben direkt niederschwellig einen Überblick hat, welche Literatur zur Verfügung steht. Wie unterstützt die Bibliothek Sie bei der Nutzung von Leganto? Ich habe von Leganto erfahren. Im Rahmen einer Fakultätsratssitzung wurde von der Bibliothek Leganto vorgestellt und das war natürlich ein ganz toller Einstieg in das Thema. Außerdem unterstützt mich die Bibliothek über die Chatfunktion oder die Nachrichtenfunktion in Leganto, wo man wirklich schnell Antworten auf Fragen bekommt. Gibt es noch etwas, das Sie zum Thema Leganto ergänzen möchten? Ich fände es toll, Leganto nicht nur als Literatur-Tool zu nutzen, sondern wirklich auch als ein Tool in der Lehre. Eben über die Kommentarfunktion für die Studierenden und auch für die Lehrenden ist es super, wenn Texte vorab kommentiert werden können und ich fände es super, wenn dieses Feature weiter ausgebaut würde. Rapport Vielen Dank.